Musik Nach dem Ersten Weltkrieg war die Welt aus den Fugen. Und mit diesem Zustand der Welt kann man umgehen auf verschiedene Art. Künstler haben diese Bedingungen, unter denen diese Welt in die Brüche gegangen ist, analysiert. Und haben das so analysiert, dass man es beschreiben kann als Sezierung. Musik Sie begannen zu beschreiben, was sie sahen. Und zwar auf Dresdens Prachtstraßen auch Amputierte, Kriegsinvaliden, Bettler. Später dann mit der Hyperinflation Arbeitslose. Das waren Themen, die sie aufgriffen, die sie natürlich zuspitzten, mit dem Wunsch dieser Gesellschaft in dieser Zeit ihren Spiegel vorzuhalten. Musik Der Hauptsaal der Ausstellung ist den bekanntesten Künstlern, Otto Dix und George Gross gewidmet, die auch am Anfang der Bewegung standen. Musik Otto Dix spitzte natürlich zu. Er suchte sich die krassen Themen aus. Er suchte sich die krassen Charaktere, die krassen Typen aus. Und in einem Bild wie den Drei Weibern spitzt er natürlich so weit zu, dass es Protest hervorrufen musste und bis heute provoziert. Musik Die etwas jüngeren Künstler, wie Wilhelm Lachnit, die suchten weniger diese krasse Überzeichnung, diese Zuspitzung. Die suchten eher Bilder zu schaffen, die der Würde des einfachen Menschen Ausdruck verlieh und ihre Hoffnung auf mögliche Veränderungen der Gesellschaft. Musik In den Kabinetten kann man zahlreiche Entdeckungen machen. Es sind viele Künstler ausgestellt, von denen selbst die Kenner der Dresdner Kunst noch nicht gehört haben. Es sind sehr verschiedene Positionen, vom eleganten Damenbildnis über das fein gemalte Stillleben bis hin zu Landschaften, die einen magischen Hintersinn verbergen. Musik In unserem Bestand, der sich zur neuen Sachlichkeit zählen lässt, befinden sich sehr viele Gemälde von nahezu unbekannten Künstlern. Und hier in diesem Studiendepot, wie wir es nennen, möchten wir dem Betrachter auch die Möglichkeit bieten, diese wenig gezeigten Gemälde zu sehen. Das, was wir heute eröffnen, die neue Sachlichkeit, Otto Dix, die wichtigen Maler der 20er Jahre, das ist etwas, das scheint bis in die heutige Zeit hinein. Auch damals bestanden Probleme der Ausrichtung, auch zum Ende finanzwirtschaftlicher Ausrichtung. Und ich denke, damals haben die Künstler sich sehr stark am Gesellschaftsleben beteiligt, haben deutlich ihre Meinung gesagt, haben Konfrontationen ausgelöst, wie wir aus den nachfolgenden Jahrzehnten wissen. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für die heutige Zeit. Dresden hat einen ganz bedeutenden, vielleicht den bedeutendsten Beitrag zur neuen Sachlichkeit in der Kunst der 20er Jahre in Deutschland geleistet. Plötzlich taucht jetzt in diesem Moment die realistische Malerei aus Dresden, aus den 20er Jahren wieder auf und trifft uns. Die Leute, die in die Ausstellung gehen, die sind alle wirklich betroffen. Gerade diese Ausstellung hat einen Beweis gestellt, dass wir erhebliche wissenschaftliche Forschung hier als Vorleistung hatten, um diese Ausstellung zustande zu bringen. Und ich denke, das Ergebnis liegt eindeutig auf der Hand. Man kann sagen, Dresden steht ganz einfach nicht nur für die Romantik und die Brückekunst, sondern Dresden hat in ganz maßgeblicher Art und Weise den Realismus mitgeprägt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020